Jo was geht ab Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute seht ihr mal die besten und witzigsten Clips aus den letzten Wochen, aus den Cold War Streams, deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euer Lieblingsclip war, der beste Clip von euch, deswegen schreibt es mir mal rein und ich wollte euch noch sagen, dass ich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall extrem viel live sein werde, deswegen schaut gerne bei Twitch vorbei, lasst dann Follower, ich bin am Donnerstag jetzt, heute bin ich live, am Freitag zu meinem Geburtstag bin ich live, am Samstag bin ich live, am Sonntag bin ich live, am Montag bin ich live, und am Dienstag bin ich live immer, eigentlich circa um 11 Uhr, deswegen schaut da gerne vorbei, mich würde es freuen, lasst dann Follower und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den ganzen Clips, es sind sehr witzige Clips dabei, deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefällt und wenn ihr einen dritten Part haben wollt und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, bis zum nächsten Video bzw. in den Streams und ja, haut rein! Nein, der arme Digger, ich krieg ne Samtags ab! Oh mein Gott, chill deine Eier, Digger Die Runde geht noch echt lang? Ja ja Iiiiiei Du glaubst gar nicht, wie ich grad gestorben bin, keine Gegner hier gerade Hey Junge, wo kehrt der? Ey, ich rast gleich aus, Alter Ich rast gleich aus, Alter Iiiiei Das ist unglaublich, Bro. Er gibt mir Trickshot. Bro, das ist so eine Riesenfliege, Bruder. Ich dachte gerade, das wäre eine riesen Spinne, Digga. Ja, aber es ist Team-Aids-Störer, sehen wir jetzt alle Gegner nicht mehr, oder was? Lauf doch, Mann, Junge, da kriege ich die Kretze. Bro, du musst einfach nur drüber springen. 27. Oh mein Gott, Digga, die sind alle gespottet. Ja. Ja. Ah, nein, Bro, ich bin wieder, come on, Bro, hast du es gesehen? Auf Schluss, Barsel, lässt du mir die da? Nope. Ah, nein. Warte. Ich werde das nicht. Ich werde das nicht mehr sehen.